Alter Falter, hast du wahrscheinlich deine letzten drei Kür für eine PaySafe verkauft, nur um dir das im 3 zu holen? Hey Osterstensternchen, was geht? Heute mal wieder auf meinem wunderschönen großen Account-Unwägst. Tatütata, die Feuerwehr ist da. Ja, was soll ich sagen? Heute mal wieder Quests am Start. Ich hab die jetzt schon ein bisschen angefangen. Hab mir noch erhöhte Erfahrungen geholt, um halt diese 100k-Quests zu machen. Beziehungsweise die schlappen 99.999. Also ganz ehrlich, den einen EP hätten sie auch noch mitzählen können, meine Güte. Aber es soll ja nach wenig aussehen, ne? Deswegen lieber 99.999. Also ganz ehrlich, dieser eine EP macht dann auch keinen Unterschied. Na gut, ist ja auch egal. So, es kommt mir nicht mit... Doch, der macht einen Unterschied. Eure Mutter macht einen Unterschied, aber okay. Ja, heute auf dem großen Account. Ich glaube, ich werde meine Kombination erstmal ein bisschen wechseln, weil ich hab die jetzt auf einer Lärm hab ich die genommen. Genau, auf einer Lärm hatte ich die. Ich hab da schon mal ein paar Kills gemacht. Denn die heutigen Aufgaben sind relativ einfach. Relativ. Ich soll nämlich ganz einfach 50 Kills machen. Hab ich jetzt schon ein paar gemacht. Und sieben Boxen sammeln. Sieben mal Doppelten. Oh, da haben wir sie schon. Das trifft sich doch gut. So, hätte ich schon mal die erste Quest erledigt. Hast du schon alles erledigt? Hast du schon alles erledigt? Hast du schon alles erledigt? Erledigt. Erledigt. Ö, ö, erledigt. Ö, ö, erledigt. Ö, ö. Okay, ich merke schon, ich sollte mal so ein Album raushauen. So, die besten Lieder, die ich in meinen Let's Plays mal irgendwie angefangen habe zu singen. Ach du Scheiße. Für eine Schlappe 1999 könnt ihr euch nun die besten Hits von mir auf drei CDs holen. Holt euch die besten 50 Hits aus zwei Jahren. Let's Play, Tänky Online. Okay, ähm, ja. Ist das nicht was? Ist das ein Angebot? Also, das ist ein, ich glaube, das ist ein Geschenk, was ich mir mal machen wollte. Und natürlich auch für euch ein wunderschönes Geschenk für die ganze Familie. Im Grunde eine wunderschöne Überraschung. Also, ja. Muss man sich auf jeden Fall mal holen. Ja. Ähm, würde ich sagen, oder? Ist doch klar, ne? So. So. Okay, gut. Ich nenne das dann, ähm. Ja. Wie nenne ich das? Wie nenne ich dieses wunderschöne Prachtexemplar? Tigerkinder oder so. Keine Ahnung. Ne, wie hießen die? Doch, Löwenkinder, oder? Wie hießen die Dinger nicht so? Diese komischen, wie hießen die? Als Löwenkind, oder? Keine Ahnung. Könnte sein, dass Löwenkind so eine Krankheit ist. So halt so, als würde man, wie so ein Sternkind halt, vielleicht so, ne? Halt, aber Löwenkind. Könnte so eine, könnte so was Ernstes sein. Ähm, ja. Genau, das wird sein. So, äh, waren noch Löwenkinder, oder? Oder? Wie hießen die so komischen Leute? Doch, das waren noch Löwenkinder, oder? Oder irgendwie so. Keine Ahnung. Oder Hyänen. Keine Ahnung. Ah, jetzt kommen Kinder draußen, Alter. Scheiße, muss ich hier finster zu machen, weil ich dieses Gebrülle... Nicht für eine verdammte Ferie, ne. Ja, ansonsten, was soll ich sagen? Ähm, wenn ich heute... Ja, also erstmal mach ich die zwei Quests fertig, die ich ja heute fertig bekommen will. Das wären einmal die 50 Kills, natürlich. Hau mich weg. Ähm, das werden die... Ach, die hab ich sogar schon. Ja gut, dann kann ich die ja gleich mal einlösen. Ein bisschen davon und ein bisschen davon. Ein bisschen da. Gut. Dann haben wir das jetzt auch mal geklärt. Und dann natürlich nochmal die EP sammeln. Ich hab mir jetzt, wie gesagt, extra schon mal erhöhte Erfahrungen geholt, weil... Ich bin ja dann sowieso noch im Plus. Ähm, mach zwar dann keine 67.000 EP gewinnen. Dadurch durch die Quest aber noch immer reichlich. Und, ähm, mit erhöhter Erfahrungen geht das natürlich etwas schneller... ...als ohne. Wahre Worte. Also, muss ich schon sagen. Boah, Alter, es leckt. Es leckt. Hey, was geht? Server-Lags sind nicht so cool. Aber egal. Egal. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon noch mit Server-Lags. Hau ich sie alle weg. Ja, wir füllen ein 3 zu 0. Ich werde, ähm... Was werde ich denn für eine Kombi jetzt so nehmen? Was lohnt sich denn so wirklich? Ja, Mann, ich spiele mit Rhaegar. Ich habe jetzt richtig Bock, mit Rhaegar zur Sucht. Nein, nicht wirklich, aber, ähm... Egal. Egal, egal, egal. Lassen wir das mal. Nicht, dass es... Nicht, dass es hier noch Verletzte gibt oder so. Das wollen wir ja nicht, ne? Das ist... Das wäre das... Oh, Alter, jetzt reicht es aber mal. Scheiß Löwenkind, ey. Wo kommen die denn hier alle her? Lass mich mal bitte hier durch. Mann, Mann, Mann. Isida? Ja, danke. Danke, Manfred. Heil mich mal ein bisschen. Alter, Manfred. Manfred, heil mich. Was kippt denn der hier um? Oh, scheiße. Ja, aber da ist ein Isida hinter mir. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Falls es euch interessiert, da war ein Isida hinter mir. Ist okay. Ist okay. Wollte nur mal... Ich wollte es nur sagen, ja. Nicht, dass ihr denkt, man müsste den Flammenträger vielleicht ein bisschen beschützen. Ich wollte es nur mal sagen, dass dort halt, wie gesagt, eine Isida war, die mich halt verfolgen wollte. Und mich verfolgt hat und mich getötet hat. Aber schön, dass die Hilfe zur Stelle war. Ja, das ist schön. Aber trotzdem hat die Flagge den eigentlichen Besitzer gefunden. Ja. Das ist doch wenigstens was Schönes. Haben wir wenigstens einmal was gelernt. Die Flagge findet immer zurück nach Hause. So. Aber ich lasse mich doch nicht hier von irgendeiner kleinen Isida hier kommandieren. Na? Du stirb doch mal. Boah, ey. Tötest du den ersten, kommt der zweite. Mann, Mann, Mann. Aber zum Glück habe ich nämlich schon ein bisschen Schaden reingedrückt. Jetzt müsst ihr das Ganze regeln. Okay, gut, der heilt sich. Ist okay. Ist okay. Also ich frage mich, wie lange ich für diese 99.999 brauche. Das würde auf jeden Fall sehr lange dauern. Ja, klar. Fahr einfach weiter. Du bist zwar schon tot, aber fahr weiter. Wahrscheinlich so doch die letzten Zuckungen wie bei so einem Huhn. Wenn man da den Kopf anpackt, dann läuft es auch noch. Ja, genau so wird es sein. Okay, eine Isida mit Fulldrug. Es ist, es ist, jawohl. Eine gute Isida ist natürlich immer eine tote Isida. Ähm. Okay, da. Natürlich. Oh, Mann. Ich wollte schon sagen. Können die Dinger jetzt auf einmal durch Häuser schießen? Boah. Ist ja schrecklich. Mann, 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 Mann. Das wär's, ey. Die Dinger entwickeln sich ja weiter. Schrecklich. Wie so ein Virus. Eine Mutation davon. Ja, okay. Aber Dummheit. Dummheit stirbt hoffentlich irgendwann mal aus. Ach, du Scheiße. Sag mal, wieso? Alter, wieso stellen sie hier überhaupt eine Schaft hin? Ey, vergiss es. Du kriegst mich nicht. Was will die Schaft denn von mir? Mann, 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 Mann. Ey, diese ganzen Gegner, die regen mich so auf. Oh, kommt. Jetzt reicht's aber. Ich hoffe, dass dir noch eine Goldbox fällt. Mann. Bei so viel, bei so viel, äh, Stress in der Schlacht. Ja, da wäre eine verdiente Goldbox mal was Schönes. Eine tolle Abwechslung, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich wieder Diktator genommen. Weil es ja sein kann, dass es eine, äh, dass es, äh, dass es, äh, dass eine fällt. Obwohl ich gesagt habe, dass ich meine Kombination wechseln will. Ja, ja, ja. Genau aus diesem Grund habe ich Diktator genommen. Ähm. Es kann ja sein. Ach so, da ist ein Isida. Der hat eine Isida im Rücken. Ja, natürlich. Natürlich. Hat er eine Isida im Rücken, ey. Hat er. Hat er wirklich eine Isida im Rücken, ey. Ich glaube, es hackt. Oh, jetzt kommt mal her. Oh, ist er gut. Echt? Der konnte mich von da treffen. Natürlich. Natürlich. Natürlich kann er mich von dort treffen. Alter, die Dinger entwickeln sich wirklich weiter. Boah, Alter. So eine scheiß Krankheit. Junge, 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 Junge. Oh, nee, Mann. Na toll. Na toll. Na toll. Ja, wo ist denn jetzt schon wieder mein Team? Ey. Wo hast du es dann mal? Ja. Was? Natürlich. Dumme Kinder, ey. Ich hasse Diktator. Der dreht mich in die Richtung. Der schießt mich in die Richtung. Oh, nicht. Ich muss schießen. Alter. Da ist er. Boah, es reicht mir mal, du dummes Kind, ey. Früher war es so ein Mammut und Twins. Heute ist es einfach nur die scheiß Vulkan. Wenn du keine Skills hast, nimmst du einfach einen schweren Untersatz und diese beschissene Waffe und hältst dich einfach hinten. Mann, ey. Ja, was geht? Ey, jetzt verlieren wir auch noch, oder was? Boah, der Sp... Sag mal, haben die zwei Spastis von denen, oder was? Ein vorne, ein hinten. Ey, wieso kommt sowas überhaupt in den... Was ist das? Ey, was drückten der mir für Schaden rein? Ne, ich will nicht rausgehen. Ich will noch in der Schlacht bleiben. Ja, natürlich. Jetzt spawn ich wieder, oder was? Boah. Bleib ruhig. Na, mach doch mal wenigstens schneller. Nein, ich will nicht raus. Boah, ich hau dem... Ich hau dem... Alter, ich hau... Was nimmst du denn? Scheiß, die sind ja von mir weg, ey. Natürlich, das schafft man wieder da. Hm, ja. Hm, hm, okay, ja. Ich hoffe, dass du verreckt bist, du. Okay. So. Schon wieder ein. Ich fahrs es nicht. Verschwinde. Junge Mann. Ganz ehrlich, weißt du... Weißt du, ich glaub, du bist wirklich so ein Russe, der im Dorf wohnt. Mit so einer Bambusleitung. Und nur Tanki kennt. Was, Alter? Das Internet besteht nur aus Google und Tanki. Alter, ganz ehrlich, man geht deine Hühner füttern oder so. Aber lass mal... Äh, halt dich raus aus dem Spiel. Geh deine Hühner füttern. Geh deine Kühe vergewaltigen oder sonst was, was auf deinem scheiß Bauernhof so abgeht. Alter, aber halt dich von dem Spiel fern. Mann, das pisst doch richtig an. Ey. Ich nehm jetzt einfach mal... ...meinen Hornet und dann geht das schon. Boah, Mann. Regt mich richtig auf. Ich sag's euch. Das ist wahrscheinlich so ein zwölfjähriges Kind, was dann um sechs Uhr morgens so Kühe melken gehen muss oder so. Alter. Ja, natürlich. Natürlich hast du Schutz gegen mich. Alles anders habe ich noch nicht erwartet. Wieso nehme ich überhaupt diese Waffe? Natürlich heilst du dich. Einer, Mann. Sch- Eiii. Ganz ehrlich, Mann. Den Typen, den krieg ich noch. Was ist der denn hier bei uns? Alter, jetzt reicht's aber mal. Komm. Hat der Schutz gegen mich? Hat der Schlick oder was? Hat der Schlick? Alter, ich... Alter, ich reiß ihm die Eier ab. Mann, das ist doch meine Fleck! Alter, Falter. Wie viel EP habe ich wenigstens schon gesammelt? Ey, schrecklich. Das wird noch was. So. Ey. Gibt's doch nicht. Naja, ich werde's irgendwann ja packen, die Quest, ja. Ist ja nicht das Problem. Irgendwann schaffe ich das, ja. Aber, das wird noch dauern und dauern und dauern. Ey, das wird eine wirklich wunderschöne Sache. Und ich freue mich schon. Ich freue mich schon so lange beim 500... Beim... Beim... Beim 500. Teil sowas jetzt richtig... Das musste sein. Ey, jetzt habe ich meinen Bildschirm angespuckt. Das war... Das sollte... Ich würde jetzt gerne noch mein Bildschirm ablecken. So. Mann, das regt doch richtig auf! Ey. Mann, ja, komm mal, klar jetzt! Boah. Natürlich, 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 natürlich! Ey, Mann, stirb, du Kleine. Ganz ehrlich, Mann. Geh deine Kühe füttern. Oder deine Schweine. Was weiß ich. Erwalt dich doch sieben Spieltieffern. Mann, 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 ey. Immer dasselbe mit diesen Bauernkindern. Ja, Mann! Wo bist du denn? Ja, natürlich, 25, 13. Mit der Kombination ist es ja auch kein Wunder. Kannst du gleich im Null nehmen. Alter, Falter. Hast du wahrscheinlich deine letzten drei Kühe für eine Paysafe verkauft, nur um dir das im 3 zu holen. Und jetzt müssen deine armen Eltern hungern, weil sie keine Milch haben. Deswegen müssen sie hungern. Aus dem Grund. Und keine Schweine. Hast du alles verkauft für eine Paysafe. Mann, 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 ey. Regt mich das auf. Ey, ich sag's euch. Das ist wahrscheinlich wirklich so einer, der in so einem 50-Seelen-Dorf wohnt. Mann, da ist die nächste! Mann, wo kam der jetzt auf einmal? Alter, noch so ein Spasti. Wahrscheinlich sind das Brüder! Alter, die haben so eine... Oh, Mann, ey. Mussten sie schon gleich sechs Kühe verkaufen für die Paysafe. Alter, auf so einem Bauernmarkt wahrscheinlich... Mann! Mann! Jo, von da trifft er mich! Halt's ab! Wie bin ich Erster geworden? Alter Falter! Jo, Leute. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Ey, ganz ehrlich, Mann. Es reicht. Es wird noch eine schöne Sache. Aber für die 67 mache ich das. Wir sehen uns. Wie viel habe ich jetzt so? 2.000... 2.500. Joa, geht. Mit ein bisschen Suchten und so geht das dann schon. Ich komm, ich klopp den hier wenigstens nochmal weg. Jo, was geht? Baller den da weg. Okay, gut. Niemand schafft es, die Smokey da zu töten. Ist okay. Bist du, ist der jetzt auf einmal tot? Oh, jetzt verrecke! Oder musst du auch erst mal deine Kühe verkaufen? Ja, natürlich triffst du mich! Natürlich! Von dort aus dem Winkel, oder was? Alles klar! Alles klar! Jetzt habe ich alles gesehen. Natürlich aus dem Winkel. Oh, nicht! Ja, ist okay. So, Leute. Wir sehen uns im nächsten Mal. Bis dann, Leute. Rainja und bla bla bla. Macht das YouTube doch besser. Wir sehen uns bla bla bla. Rainja und... Rainja und bla 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 bla.